Weihnachtsfeuerte ist eine überkonfessionelle Aktion in Zusammenarbeit mit dem Familienhilfsdienst in Cluj in Rumänien und unser Ziel ist es eigentlich Familien in Rumänien und insbesondere Kinder zu zeigen, wie wichtig sie uns sind und dass sie auch Gott besonders wertvoll und kostbar sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Diese Kinder werden wahrscheinlich nie bekommen eine Weihnachtsfeuerte außerhalb dieser Package. Boy, 10 years old, girl, 12 years old. Every day they go into the garbage dump, when the trucks come in, they dump the garbage and the people dig through it and take out the plastic drink bottles, metal, anything that they can clean up and possibly resell. That's how they make their living. All the people who live here have problem with the house because they are illegal and don't have paper and have many problems with that because the state won't demolish. Ich freue mich, dass wir ihnen helfen können und dass wir es in irgendeiner Weise vielleicht ein bisschen besser machen können. Und ja, ich hoffe, dass irgendwann mal wirklich die Leute ein bisschen mehr werden wollen, weil ich finde, das wird normal. Hawai'iятно, ich bin. Es ist enorm. Es ist enorm. Es ist enorm. Es ist enorm. Wir haben nicht die Möglichkeit. Sie sind sehr glücklich. Sie sind sehr glücklich. Sie haben nicht Geld, um die Kinder zu machen. Wir geben. Sie sind sehr glücklich. Es wächst von Jahr zu Jahr. Es wird immer stressig daheim. Von September weg ist nur einmal das eine Thema. Schuchpackerl. Wie und wo. Wir sind alle voll begeistert davon. Die ganze Familie. Es steht einfach jeder dahinter. Und dass irgendwann einmal Schluss ist, dass die Kinder zurückbleiben. Sondern dass die Mütter einmal selber nachdenken und merken, wie wertvoll eigentlich Kinder sind. Und dass sie einfach vorher geschenkt sind. die Mütter einmal nachdenken. Ich bin Jesus. Kommления rein. Ich gatere nach Fządvelmente. Das war será. Komm Tsang undlichen Job initiatives. Puh, 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 Puh!